Ja, es ist unser 18. Motorradfrühlig mit allen namhaften Händlern aus der ganzen Region 10, kann man so sagen. Diesmal haben wir noch einen Fernreiner von Oliver Rondheimer, der erstmalig hier in den Stadt Boracastiert. Vor allem hat es auch unsere Polizei mit Tresor, die ganz wesentlichen Verkehrssicherheit beiträgt, das wirklich das wichtigste Thema ist. Und aus dem Fahrrad werden verschiedene Sicherheitstrainingsangebote für unsere Verkehrsteilnehmer, besonders für jungen Verkehrsteilnehmer, die ganz wichtig sind, damit wir einfach noch mehr schwere Unfälle vermeiden können. Leider haben wir ja heuer schon wieder einen tödlichen Motorradfahrt zu bekommen und das müssen wir vermeiden. Die Geschwindigkeit gehört auf die Rennstrecke, auf die Teststrecke und nicht auch von unseren Rennstrahlen.